Hi Leute, ich will jetzt gleich live streamen, FIFA ist Wahnsinn Leute, und ich habe, und ich habe, gestern habe ich eine richtig lange Fahrradhunde gemacht Leute, ähm, ich habe, das Video habe ich einfach, habe ich erst heute hochgeladen, also in der, in der Vault könnt ihr, in der Vault könnt ihr zuerst mein, mein Plot anschauen, mein Fahrradplot, das geht nur elf Minuten lang, weil ich, zuerst kommt ein Intro, äh, ähm, ein, ein Intro oder ein Countdown, nee, zuerst kommt ein Countdown, und dann kommt mein, mein, mein Intro, und dann beginnt der Plot. Und ich, drühe jetzt mal mal, ähm, ähm, was soll ich noch mal sagen, ah ja, ich gucke das mal nach in den Playstation Store, was neu ist vom Playstation, also, also, Spiele umsonst vom Playstation, da will ich mal schauen, welche, welche neue Spiele gibt, um, umsonst so die Playstation. Ich will jetzt gleich FIFA alles, was soll ich noch, äh, mein Livestream und gleich, und ja, mein, 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 mein Test durch und schon Livestream, nach vier Stunden. Ja, Leute, und jetzt spiele ich, ähm, gleich, mach ich, ich starte gleich mein Livestream, ich will noch das Infovideo sagen, den Infovideos, äh, und ihr wollt, könnt ihr gerne diesen YouTube-Kanal abonnieren, und ihr wollt, könnt ihr gerne auf Tithod mir folgen, so wie ich, so wie ich auf YouTube heiße, heiße ich auch auf Tithod, ihr könnt auch gerne auf Instagram mehr folgen, das ist auch mein Instagram-Name, wie ich auf YouTube mich heiße, aber jetzt, für Spaß, ich spiele jetzt gleich FIFA alles, was wir livestreamen. Und wie sollen die